Hallo, mein Name ist Anne Biber. Ich bin die Leiterin der Abteilung für Konservierung und Restaurierung am Museum für Angewandte Kunst. Ich beschäftige mich in meiner Doktorarbeit mit der Erhaltung und mit der Geschichte von historischen Kunststoffen. Kunststoffe haben von Anfang an eine Rolle in der Mode gespielt und dadurch ist es jetzt vor allem in der Nachhaltigkeitsdebatte auch wieder spannend, einen Blick eben in die Geschichte der Kunststoffe zu werfen. Kunststoffe, so wie wir es heute kennen, sind eigentlich entstanden im 19. Jahrhundert und sind aus so frühen Materialexperimenten hervorgegangen. Es gab junge Chemiker, die zum Beispiel aus Sägespänen, Blut aus allen möglichen Materialien versucht haben, gießbare oder eben formbare Massen herzustellen und das kann man so als eigentlich die Vorläufe von unseren heutigen Kunststoffen sehen. 1839 ist es dann Charles Goodyear gelungen, Kautschuk zu vulkanisieren. Da spricht man eigentlich oft vom Beginn der heutigen Kunststoffe. 1870 kam dann einmählich das Zelluloid auf den Markt. Schon ab dem Ende vom 19. Jahrhundert gab es Kunstseite und ab 1904 circa gab es einen ganz tollen Kunststoff, der aus Casein, das man eben aus Kuhmilch gewonnen hat, hergestellt wurde. Der hatte den Namen Galalit, also Milchstein, auch als Kunsthorn bekannt und der war eben zum Beispiel gerade für Knöpfe sehr beliebt. Also hier ist ein Beispiel aus der Marktsammlung und das hat sich dann auch über viele Jahre als Kunststoff gehalten. Kunststoffe haben ganz stark begonnen eben als Ersatzmaterialien für Materialien, die eben schwer verfügbar waren oder sehr teuer waren, also zum Beispiel wie Elfenbein oder auch Edelsteine, Koralle, Malachit. Solche Materialien wurden im 19. Jahrhundert gern mit Kunststoff aus Kunststoff wie Zelluloid imitiert. Ich habe hier auch ein Beispiel aus der Marktsammlung, wo man sieht, dass eigentlich das Material noch gar keine eigene Materialsprache hatte, sondern wirklich frühere Materialien nachahmt. Hier ist ein Fächer, der eben aus der Zeit um 1800 stammt und der ist aus Horn gefertigt, also einem Naturmaterial und dem gegenüber jetzt aus der Zeit um 1900 ein Fächer, der dem anderen wirklich sehr stark ähnelt, der aber schon aus einem Zelluloid vermutlich gefertigt wurde. Kunststoffe hatten natürlich auch große funktionale Vorteile gegenüber ihren Vorläufermaterialien, was ich gerne anhand von diesen beiden wunderschönen Kleidern aus den 1920er Jahren kurz zeigen möchte. Zwischen diesen Glassteinchen waren früher auch Pailletten zu sehen, die eben aus Gelatine gefertigt waren. Wer Gelatine aus der Küche zum Beispiel kennt, der weiß, dass das Material wasserlöslich ist und das ist auch der Grund, warum man heute eigentlich an den Stellen auf die Distanz bestimmt nichts mehr sieht. Die Pailletten sind wirklich, haben sich aufgelöst. Demgegenüber liegt hier ein Kleid, wo die Pailletten dann aus Zellulose-Azetat gefertigt worden sind, das einfach den Vorteil hatte, dass es nicht wasserlöslich war und einfach viel beständiger war. Die Kunststoffe, von denen ich jetzt erzählt habe, das sind alles Kunststoffe, die auf Naturmaterialien basieren. Also man könnte sagen, das sind biobasierte Kunststoffe. Ab 1910 kam dann der erste voll synthetische Kunststoff auf den Markt, von Leo Henry Baeckland entwickelt, das Bakelit, das eben auf Kohle, Kohlen-Tea basiert. In den 1930er Jahren wurden dann zunehmend eben solche synthetische Kunststoffe auch entwickelt und haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch allmählich eben diese biobasierten Kunststoffe verdrängt. Was an den Beispielen eben sehr spannend ist, ist, dass es sehr moderne Kunststoffe sind. Plexiglas war der letzte Schrei in den späten 1930er Jahren einfach durch die Transparenz, die dadurch möglich war und gleichzeitig die Leichtigkeit und auch dann diese Farbigkeit, wenn man sich das anschaut. Und diesem völlig neuartigen Material gegenüber steht dann noch die ganz klassische handwerkliche Verarbeitungsweise gegenüber, wo man fast wie so einen Glasschliff eigentlich bei diesem Plexiglas-Haarkämmen sieht. Ich habe es angesprochen, nach dem Zweiten Weltkrieg Weltkrieg ändert sich dann das Image von den Kunststoffen noch mal ganz stark. Also während des Krieges hat man weiter geforscht. Es waren Kunststoffe anstelle von anderen Materialien eben wurden auch stark propagiert. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist dieser Kunststoff-Boom entstanden. Also da war die Industrie einfach auch sehr wichtig für den Wirtschaftsaufschwung in der Nachkriegszeit. Synthetische Fasern, also Kunstfasern, gab es schon ab relativ früh, vor allem ab den 1940ern, kennt man dann Nylon und Perlon. In der Nachkriegszeit kommen dann weitere Kunstfasern, wie eben zum Beispiel Polyester, ganz stark auf den Markt. Und da habe ich als Beispiel diesen Badeanzug aus der Zeit, der eben auch diese farbenfrohen Entwürfe schon sehr gut zeigt. Eigentlich hat dann während der Ölkrise in den 1970er Jahren das Image sich noch mal ein bisschen verändert. Kunststoffe haben so ein bisschen was von ihrem Image als super Material eingebüßt. Aber gleichzeitig hat man gerade in der Mode kann man beobachten, dass noch sehr viel weiter experimentiert wird mit dieser Farbigkeit und mit diesem neuartigen Material, wo ich hier diese Entwürfe von der Sabine Lang zeigen möchte. Das sind PVC, ist PVC-Kleidung, bedruckte PVC-Kleidung. Und einen sehr spannenden Umgang mit dem Material hat eben auch der Helmut Lang, von dem man hier so eine Jacke sieht, die vermutlich mit einem Latex-Kunststoff eben beschichtet ist. Man muss sagen, dass gerade in der Zeit seit den 1950er Jahren ist die Produktion von Kunststoffen unendlich stark gestiegen. Also man hat um die zwei Millionen Tonnen Kunststoff um 1950 produziert und 2015 waren es 380 Millionen Tonnen. Kunststoffe haben wirklich das ganze Leben eigentlich durchdrungen. Und 2017 wurde eine sehr interessante Studie veröffentlicht, wo eben erst einmal global auch untersucht wurde, wie viel von diesen seither produzierten Kunststoffen eigentlich recycelt wurden. Und da kam raus, dass von eben 6300 Millionen Tonnen Kunststoffmüll, der seit 1950 produziert wurde, nur 9 Prozent eigentlich recycelt wurden. 12 Prozent sind thermisch verwertet, also verbrannt worden. Und die restlichen Kunststoffe sind wirklich noch auf Deponien oder eben als Mikroplastik in der Umwelt oder im Meer schwimmend eben in der Umwelt vorhanden. Und jetzt gerade in den letzten Jahren wandelt sich einfach das Image nochmal ganz stark von den Kunststoffen. Und ja, dadurch kommt eben auch diese Nachhaltigkeitsdebatte wieder ganz stark ins Spiel. Kunststoff ist wirklich ganz stark auch ein widersprüchliches Material, was sich gerade bei Kunststoffen in Museumssammlungen zeigt und wenn es um deren Erhaltung geht. Viele Kunststoffe sind eben, obwohl sie in der Natur sich nicht abbauen und das genau das Problem verursacht, sind in Museumssammlungen unter den Materialien, die am schnellsten und mit den stärksten Alterungserscheinungen sich abbauen. Es gibt vor allem Kunststoffe wie Zellulose Nitrat, Acetat, Gummi, Polyvinylchlorid, also PVC und Polyurethanweichschaum. Das sind einfach die Materialien, wo wir wissen, dass große Probleme entstehen. Als Beispiel sind hier Taschen aus den 1950er Jahren, die aus Zellulose Nitrat gefertigt wurden. Und wenn man sich die genau anschaut, dann sieht man, dass vor allem diese Tasche sich wirklich komplett verändert hat. Also die hat ganz stark ihre Form eingebüßt. Es korruzieren hier diese Metallelemente. Der Grund ist, dass das Material wirklich anfängt sich zu zersetzen, dabei auch Säuren freisetzt, die wiederum den Abbau weiter beschleunigen. Die Problematik für Restauratorinnen ist es da, dass der Abbau sich nicht stoppen lässt. Der lässt sich ausschließlich verlangsamen. Und schon seit den 1990er Jahren haben Restauratorinnen und Restauratoren erkannt, dass die Materialien problematisch sind und haben daran gearbeitet, präventive Strategien zu finden, aber eben auch Versuche, Kunststoffe zu restaurieren. Da gibt es relativ viel Vorarbeit, auf die man aufbauen kann, aber es ist immer noch sehr viel Forschung notwendig. Im Fall von diesen Cellulose Nitrat Taschen ist es zum Beispiel so, dass man versucht, diese Säuren, diese Schädlichen abzuführen durch eine gute Belüftung. Jeder Kunststoff ist da ein bisschen unterschiedlich. Je nach Chemie muss man sich auch eben andere Strategien suchen, um den Abbau zu verlangsamen. Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man die Temperatur verringert und oder auch zum Beispiel Sauerstoffentzug. Also beides sind Sauerstoff und hohe Temperaturen sind eben Faktoren, die den Abbau weiter beschleunigen. Und genau darauf basieren eben die Strategien von uns Restauratorinnen und Restauratoren. Wenn das Ihr Interesse an Kunststoffen geweckt hat, dann kann ich Ihnen auch empfehlen, sich noch die Ausstellung Bakelitz, die Sammlung Georg Kagel im Mack anzusehen, die eben ganz toll zeigt, wie sich Kunststoffe auch auf das Design im 20. Jahrhundert ausgewirkt haben.